moin moin meine lieben edelmetall freunde und willkommen zurück hier bei mir auf meinem kanal ich bin also bei matze und schön dass wir eine weitere runde zu diesem video geschaltet habt mal kurz mein wasser aufmachen denn bei diesen heißen tagen ist natürlich der wasserhaushalt extrem wichtig aber guck mir mal auf den goldpreis ja was sehen wir nennen da liebe freunden 1598,02 euro auf 1 und zu gold ist natürlich mächtig darauf trinke ich ein leider mit wasser ja so wenn wir mal heran damit ihr das alle besser im blick habt dann wird es etwas deutlicher würde ich sagen die wochenendlinie 1577,89 euro pro finance gold ich sagte ja im letzten video ich gehe mal davon aus dass ja sozusagen der goldpreis erst mal mit einer abwertung beginnt oder wir da zumindest ein rücksetzer sehen werden so ist es auch gekommen wenn auch gleich man sagen muss dass dieser rücksetzer sehr marginal war also sehr gering könnte natürlich bedeuten dass wir diese woche noch oder auch nächste woche nochmal rücksetzer sehen werden es bleibt also offen 1569 eben jetzt gucken wir da das mal ganze in us dollar an weil da wird es nämlich extrem ersichtlich liebe freunde 1811,15 us dollar pro finance gold damit meine herrschaften ich sag's mal so salopp wie es mir denke ist zunächst einmal die 1800 durchbrochen ja ganze 11 us dollar das mag jetzt vielleicht noch nicht viel heißen wir gucken jetzt mal wie diese woche noch so vonstatten geht sollte das aber so bleiben liebe freunde dann ist wie heißt das ich muss das nein ich muss das ich sag's so rum ja dann ist china offen ich sag's jetzt nicht so wie es richtig heißt weil sonst könnte man das ja wieder rein theoretischerweise rassistisch 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 meine güte ihr seht schon ich sag das wort so selten werten deswegen sage ich mal so rum es ist auf alle fälle ein großer grund zur freude für diejenigen die sich über einen großen gold also über einen starken goldpreis erfreuen können ist das jetzt erst einmal ein absolutes statement was eigentlich in sachen gold möglich ist ihr wisst es ja ich wurde oftmals bei meinem kanal und nicht nur ich als person als der silber matze sondern natürlich auch viele andere youtuber ja ob das das silber paps das silber fuchs auch oder der indianer jones auch einen edelmetall kanal oder eben auch barren und münzen ich erzähle mal so die etwas ja die newcomer auf die wo er auch durchaus interessant sind und viele viele andere ja sind da oftmals blöd angemacht worden von wegen was wollt ihr denn mit dem gold ja und auch heute gibt es noch kommentare unter meinen videos wo leute sagen alle asset klassen sind sinngemäß scheiße aber halt ne gold braucht kein mensch sozusagen ich möchte das euch nochmal mit auf den weg geben gold ist ein ein instrument was so mächtig klingt ja aber im prinzip ganz einfache aufgaben hat ja man viele menschen assoziieren mit gold so irgendwie dieses diesen diesen absoluten hype dieses nonplusultra was es ja auch ist nicht also trotzdem die aufgaben von gold so simpel wie genial ja es bewahrt einfach nur das vermögen natürlich steht dahinter jetzt keine großen gewinnchancen wenn man jetzt nicht gerade unbedingt der absolute trader schlechthin ist ja und jeden tag an und verkauft bis auf teufel komm raus dann hat gold sozusagen eine sehr geringe rendite nicht desto trotz wenn man das letzte jahr anschaut und dieses jahr bis jetzt dann hatte gold eine performance letztes jahr von circa 18 prozent und dieses jahr bis jetzt noch mal 17 prozent performance nach oben ja das sind also in diesen knapp anderthalb jahren wenn man so will eine eine performance von über 30 prozent ja in einen in 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 er hat ihn anderthalb jahren und das ist um dafür dass gold ja eigentlich keine rendite abwirft beziehungsweise keine rendite abwirft ein extremes statement dafür wo unser unsere geldpolitik steht ja anders kann ich es nicht formulieren ja 30 prozent über 30 prozent performance innerhalb von anderthalb jahren leute das ist ein absolutes statement aktuell eben bei 1810,08 us dollar pro finanziek gold ihr seht schon der kampf geht gerade mal neun mal elf mal also ihr seht schon hier ist mächtig kampf und mächtig druck dahinter ich habe das in den letzten videos ja schon gesagt dass da richtig richtig dampf unter den kessel ist gerade in sachen gold ja und das sollte man langsam aber wirklich endlich mal zur kenntnis nehmen ja und nicht immer dieses thema edelmetalle ja so kleinreden jetzt gucken wir mal auf den silberpreis denn auch da hat sich was erstaunliches ergeben aktuell bei 18,66 us dollar pro final unser silber damit ist die 18,30 us dollar marke liebe freunde erst einmal durchbrochen mit einer einzigen linie sogar ich zum sex haben wir noch mal ran so zack guckt mal hier da hat mir 18,51 us dollar ist dann abgewertet worden dann bumm ja ein strich ohne irgendein dass irgendein trader dazwischen gefunkt hätte oder irgendjemand da gemeint hätte er muss mal eben schnell silber oder physisches digital silber wenn ich das mal so formulieren darf auf den markt schmeißen um eben den kurs zu beeinflussen da sind solche kurs beeinflussungs momente ja man schmeißt gewissermaßen physisches physische kontrakte wenn man das so bezeichnen darf die eigentlich oder im prinzip gar nicht vorhanden sind auf dem markt und das drückt natürlich den preis das sind so diese gern gelebten tricks aber diese dieser trick kam hier überhaupt nicht zum tragen also dementsprechend 18,66 liebe freunde diese woche könnte extrem heiß werden richtig richtig heiß jetzt möchte ich noch mal was zeigen ich werde euch dann hier noch ein bild anhängen gucken was ich hier in der hand halte eine 20 kronen münze ich habe ja letztes mal auf versehen 30 kronen gesagt ich habe das nicht mehr richtig im kopf gehabt was ich da genau bestellt hatte ja jetzt habe ich sie noch mal raus gesucht und das ist eine 20 kronen münze was ist das tolle an dieser münze mal nur so als vergleich hier haben wir eine vierte karten münze vom größenvergleich ja ja das ist eine 20 kronen münze und das ist eine vierte karten münze kommen natürlich beide aus österreich was ist der unterschied warum gerade die 20 kronen münze so interessant ist das ist recht leicht erklärt denn die hat nämlich 6,09 gramm und damit etwas mehr gewicht fein gewicht als wie zum beispiel der allzeit beliebte frene lee die meisten kennen mich ich bin ein absoluter frene lee fällen wenngleich man auch sagen muss dass der frene lee aktuell durch seine beliebtheit leider gottes auch etwas teurer geworden ist wie zum beispiel ebenso eine münze ja eine 20 kronen münze für mich spielt aber trotzdem viel gold für wenig geld eine rolle sozusagen deswegen bin ich dann gerne mal auf solche münzen am ausweichen weil die einerseits wie gesagt etwas mehr gewicht haben und andererseits dazu auch noch billiger sind ja also ich sagte ja letzte woche schon beim letzten video dementsprechend hat mein video etwas mehr aufrufe das freut mich wirklich sehr ich finde es allerdings auch manchmal etwas schade dass man sich sozusagen in solchen sachen immer erst beweisen muss ja ist natürlich aber auf der anderen seite auch selbstverständlich ist ja klar weil es ja auch ich bin ja auch nur irgendein typ ihr wisst was ich sagen will im endeffekt ist es eine schöne sache ich hoffe dass jetzt kommt der hammer und die meisten werden das jetzt vielleicht nicht gerne hören dass es noch mal eine abwertung geben wird weil das garantiert natürlich dann auch die möglichkeit eben noch einmal halbwegs vernünftig in die sachen sachwerten gold und silber einzusteigen weil ganz ehrlich liebe freunde 1810,99 us dollar für eine einzige unze gold das ist mächtiger tobak und es ist mir völlig egal wenn leute immer sagen das ist ein scheiß asset ja leg erstmal über 1800 us dollar auf den tisch für eine kleine goldmünze dann merkst du eigentlich erst mal wie schmerzen wie einem so was schmerzen bereiten kann ja zum beispiel weil da merkt man erst einmal wenn man so eine menge papier nehmen wir noch mal den euro wert zugrunde 1598 31 euro pro finanzie gold leg erstmal 1600 euro auf den tisch da merkst du erst einmal was für ein extremer wert hinter gold steht das ist den meisten menschen oftmals gar nicht bewusst ja also wir haben hier zum beispiel eine ducaten münze leg erstmal 700 800 euro für so eine münze hin für sowas hier liebe freunde ja da denkst du dir schon wow krass dieses bisschen metall und gerade bei den ducaten ist es ja so die sind ja extrem in die länge gezogen das heißt diese münze ist auch noch sehr sehr dünn vom von der münzdicke her da merkt man erst einmal was gold bedeutet und das ist etwas was ich nur jedem mitgeben kann und ich sagte es ja im letzten video schon es kommt nicht darauf an ob jetzt gold das absolut also sozusagen an der königsklasse der asset klassen steht das ist nicht wichtig wichtig ist dass man es hat wichtig ist dass man es dass man es einfach physisch physisch hält ob man jetzt immobilien hat ob man jetzt in aktien investiert ist ob man um großer immobilien investor ist anleihen kauft oder 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 ja das spielt keine rolle aber man sollte definitiv gold und vor allem gerade silber in solchen zeiten physisch im eigenen portfolio halten das ist das worauf es meiner meinung nach bei einer breiten streuung von einem eigenen portfolio ankommt ja und es gibt ganz viele sozusagen anlagen in berater und spezialisten ich mache es mal in gänsefüßchen weil natürlich auch da gibt es scharlatane das wissen wir alle nicht dass du trotz anständige menschen oder anständige berater werden das immer auch mit ausformulieren und sagen dass man je nach zeit je nachdem wie die aktuelle marktsituation ist man entweder in eine einrichtung mehr investiert ist oder in der anderen richtung mehr investiert ist sozusagen ein portfolio was sich selbst immer ausgleicht ja wenn zum beispiel in solchen zeiten in solchen corona zeiten oder in solchen unsicheren zeiten marktwirtschaftlichen stress situationen es nicht sicher ist wie es mit aktien so weitergeht dann bin ich nicht full house in aktien investiert sondern zum beispiel mehr in edelmetalle ja das ist dieses selbst sich selbst ausgleichende portfolio zum beispiel dass man das vermögen immer und immer wieder je nach bedarf nicht alles man sollte immer im grundstock bewahren ja also wenn ich jetzt weiß ich nicht 10 20 30 40 prozent edelmetall erhalte dann sollte ich die nicht komplett auflösen nur weil jetzt weil ich jetzt all in den aktien bin das ist blödsinn ja es ist sozusagen immer eine abwägungssache und selbst aktienspezialisten die viele gewinne fahren mit aktien werden ihre buchgewinne auch real also quasi realisieren und diese dann zum beispiel in gold umschlichten ja damit sie ihre gewinne gleichzeitig aber auch wieder abgesichert haben zum beispiel zum bleistift ja also ihr seht schon es gibt da unglaublich viele möglichkeiten was man auch mit edelmetalle für strategien fahren kann das sind die möglichkeiten sehr vielfältig insofern edelmetalle sind ein sehr sehr wichtiges thema gerade in solchen zeiten für den normal sterblichen bürger oder bürgerin ja ob das jetzt männlein oder weiblein ist spielt keine rolle beide parteien können das sollten sich definitiv edelmetalle zulegen meiner meinung nach weil diese natürlich nicht ultima ratio extrem viel geld verdienen ja tausende von euro im monat sondern in der regeln einer normalen arbeit nachgehen und einfach nur eine normale absicherung suchen und für diese leute empfiehlt sie es dann schon meiner meinung nach oder wäre es interessant sagen mal so weil empfehlen darf ich ja nicht ihr wisst es ja ich mache nur einen youtube kanal ich bin kein offizieller berater insofern wäre es für diese leute durchaus interessant ihr vermögen auch abzusichern weil diese können nicht einfach so an den aktienmärkten mal ebenso zocken ja und für solche leute schmerzt das auch mal eben paar tausend euro an der börse zu viel zu verlieren weil man sich zum beispiel verspekuliert hat insofern ist sicherheit ein instrument was menschen durchaus gerechtfertigter weise zugutekommen kann eben gerade mit edelmetalle gerne kommentieren wie ihr das seht liebe freunde ich bin ja wirklich gespannt wie diese woche weitergeht ja also im moment sieht es danach aus als wenn wir hier deutlich früher sehr krasse zeiten sehen werden wie von dem ein oder anderen experten prognostiziert es gibt ja sozusagen ein paar prognosen die davon ausgehen dass der goldpreis bis ende dieses jahres bei circa 2000 us dollar stehen könnte im moment sieht es danach aus als wenn wir diesen bereich womöglicherweise früher sehen könnten wie vorausgedacht ja also mein kopf szenario meine szenarien im kopf scheinen sich erschreckender weise im moment zumindest zu bewahrheiten ich bin da wirklich selber gespannt ja wie das dann weitergeht weil ich könnte mir durchaus vorstellen dass wir so ab 1850 1900 us dollar wesentlich mehr druck unter dem kessel sehen werden weil selbstverständlich dann große investoren rein investieren werden in das thema gold und das ist das wird noch mal extrem druck unter dem kessel produzieren liebe freunde ist klar es ist einfach so bei den menschen es ist bei vielen menschen so das ist nicht nur bei experten und bei leuten so die ultim ultimativ reich sind das ist bei normal sterblichen die einer geregelten arbeit gehen auch so sozusagen dieses herten prinzip wenn man sieht oben gottes will mir rennt jetzt hier etwas davon wo ich mit verdienen könnte dann fangen die leute an rein zu investieren und das betrifft wie gesagt nicht nur große leute sondern auch ganz normal sterbliche die eben einer normalen arbeit nachgehen auch diese werden dann nach diesem herdenprinzip eben auf dieses thema gold setzen ja ich habe ja die koddaten letzte woche schon vorgelesen beziehungsweise mit meinem letzten video oder vorletzten video noch mal verdeutlicht wie das open interest auch gestiegen ist zum beispiel ja oder auch die non reportable positions deutlich gestiegen sind das sind alles anzeichen die den gold druck diesen kessel des goldes extrem steigen lassen werden liebe freunde gerne kommentieren ich bin gespannt was ihr zu sagen habt bleibt bitte freundlich ihr wisst es ja wir haben hier unter meinen videos und auch auf vielen anderen kanälen zu dem thema edelmetalle eine sehr coole gesprächskultur und da bin ich sehr sehr stolz drauf danke fürs zuschauen und bis demnächst euer simba matzer meine wer lie nicht health